Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ankündigung. Seit einer Weile haben wir schon keinen Metroid-Randomizer mehr gespielt und deshalb habe ich mir gedacht, zusammen mit Benni, dass wir ganz gerne doch nochmal einen Multi-World-Randomizer starten wollen. Und ja, das Ganze wird stattfinden am Samstag, den 23.05., also quasi morgen, wenn das hier hochgeladen wird. Genau, also ab morgen dann den Stream zum Multi-World-Randomizer. Dieses Mal spielen wir keinen normalen oder keinen Crossover-Multi-World-Randomizer, wie wir es beim letzten Mal oder die letzten Male gemacht haben, sondern wir wollten auch nochmal was ausprobieren, was wir bisher noch nicht getestet haben, und zwar den Super Metroid-Multi-World-Randomizer, nicht Crossover, Multi-World. Das heißt, kein Zelda, nur Metroid, aber dafür halt mit zwei Leuten. Einfach weil wir das noch nicht gemacht haben. Es sollte auch ein bisschen schneller gehen, denke ich. Ob wir das jetzt an dem einen Abend fertig schaffen, ist die andere Frage, aber nichtsdestotrotz ist es halt nur Metroid. Ich stelle es mir aktuell noch recht moderat vor. Also es wird nicht so viel mehr Hype auslösen, denke ich, wie der Crossover, aber es wird mit Sicherheit trotzdem ein lustiger Abend werden. Ja, und man darf auf jeden Fall gespannt sein, was die Leute sich noch überlegen, die diesen Randomizer programmieren. Und ja, wir haben auch schon eine gewisse Hoffnung in Aussicht, was dann bald kommen können sollte. Also bleibt gespannt, was das angeht. Wir fangen an um 21 Uhr, ein bisschen später, aber dafür ist es Samstag. Das heißt, wir können vielleicht auch ein bisschen länger machen. Schauen wir mal. Auf der anderen Seite, falls ihr früher schon Bock habt, irgendwas zu schauen, kann ich euch natürlich auch wärmstens ans Herz legen, bei Benny in den Stream auch vorher schon reinzugucken, denn er wird da von 18 Uhr an Animal Crossing spielen. Also wenn ihr Bock habt, da noch ein bisschen ein normales Abendprogramm zu haben und kein Spätabendprogramm, dann könnt ihr natürlich auch da schon gerne reinschalten. Ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, wir sehen uns eventuell dann entweder um 18 Uhr oder um 21 Uhr im Stream. Wie gesagt, um 21 Uhr fangen wir an mit unserem Multi-World Randomizer, kein Crossover. Ich werde diese Begriffe nicht mehr auseinanderbringen. Es ist unmöglich, aber ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut das gebalanced ist und wie viele Umwege man da gehen muss. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen und ansonsten hoffe ich, ihr seid vielleicht dabei und wünsche euch einen schönen Samstag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao. If you stop here mit Ouri嗎? Kann dan we along mit uns sunday! Ciao! Gemeins tune? Sehr gut, sehr gut. Küss heiß. Amen Architectsprた increases cognitive imm spirit Videos pro lesenarto Mes gland